Simon Mittelkoop, 22 Jahre alt, aus Aachen und ich studiere Gesellschaftswissenschaften an der RWTH. Aktiv bei der AStA-Bühne, das ist die Theatergruppe des AStA, die zusammen mit Studierenden der RWTH jedes Jahr ein Theaterstück inszeniert und aufführt. Auch dieses Semester ist wieder ein sehenswertes und sehr unterhaltsames Stück entstanden, das wir euch Ende April und Anfang Mai im Theatersaal aufführen möchten. Karten dafür gibt es beim AStA, online oder an der Abendkasse. Wir freuen uns auf euren Besuch. Untertitelung des ZDF, 2020